Dankeschön, Norman Odenthal. Am Wochenende gab es viele Verkehrsunfälle, weil Autofahrer im dichten Nebel zu schnell unterwegs waren. Mehr dazu jetzt bei uns. Guten Abend und herzlich willkommen zu Hallo Deutschland, liebe Zuschauer. Herbstzeit heißt leider auch Nebelzeit. Und der Nebel kann oft so dicht sein, dass man nicht mehr als 50 Meter weit sehen kann. Für Autofahrer heißt das Nebelscheinwerfer und Schlussleuchte an. Langsam fahren und nichts riskieren. Zahlreiche Unfälle vergangenes Wochenende haben gezeigt, wie ernst man das nehmen sollte. Ein 16-Jähriger löst in Rheinland-Pfalz einen Großeinsatz der Polizei aus. Auf einem Acker hantiert er mit Schwarzpulver, als es plötzlich zu einer Explosion kommt. Der Junge muss mit einem Rettungshubschrauber in die Augenklinik gebracht werden. Die Beamten finden danach im Keller seines Elternhauses selbstgebaute Rohrbomben. Einige hundert Menschen müssen in der Nacht ihre Wohnungen verlassen. Ein lauter Knall, viel Staub und plötzlich steht ein Kleinwagen mitten im Wohnzimmer. Was wie ein filmreifer Stand klingt, ist das Ende einer Irrfahrt in Sonsbeck. Ein 22-Jähriger verliert in einer Linkskurve am Samstagmorgen die Kontrolle über sein Fahrzeug und durchbricht die dicke Wand eines Wohnhauses. Das Wohnzimmer ist nur noch ein Trümmerhaufen. Ilona und ihr Bruder leben im gleichen Haus und streiten sich öfter, was ja mal vorkommen kann. Aber was bei den beiden abgeht, das ist wirklich nicht mehr normal. Schon mehr als 200 Mal haben sie sich gegenseitig angezeigt. Seit einiger Zeit wird der Streit auf den Zipfelmützen ihrer Gartenzwerge ausgetragen. Momentan wird der Zwergenprozess vor dem Wiesbadener Amtsgericht verhandelt. Michers Kännchen ist eine etwas schräge Kneipe im Ruhrpott. Da treffen sich Partyfans aus dem ganzen Revier, weil hier gefeiert wird, wenn andere schon wieder zur Arbeit fahren. Weil die Öffnungszeiten so extrem sind, gibt es immer wieder auch Ärger mit Gästen, die schon ein paar Stunden zu lange unterwegs sind. Oft entscheiden nur wenige Minuten über Leben und Tod. Der Einsatz eines Rettungshubschraubers kann Leben retten. Vor genau 45 Jahren wurde der 1. Luftrettungsstützpunkt in München gegründet. Es wird eine Erfolgsgeschichte. Wer diesen Herbst modisch vorn mit dabei sein will, der kommt um einen Trend nicht herum. Ponchos und Capes, die sind zurzeit überall zu sehen. Der praktische Überwurf, der hat sich zum echten Trendstück für die windige Jahreszeit gemausert. Das ist absolut angesagt. Wenn man sie falsch kombiniert, kann es aber auch nach hinten losgehen. Sie sollten schon einige Styling-Regeln beachten, damit sie in diesem neuen Herbsttrend auch wirklich gut aussehen. Modisch ganz weit vorn ist doch immer meine Kollegin Karin Webb in München. Bei Leute heute verrät sie gleich, warum Prinz Harry zu Tränen gerührt war. Wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder um 17.10 Uhr. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Jetzt mit Karin. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und dann mit Karin. Untertitelung des ZDF, 2020